ja Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen folge von TTT Wo bin ich hier du bist ja auf meinem kanal Ja er ist bei mir und wir spielen Gmod und ich kann ihn anfassen Du bist innocent also du musst nichts machen also ich habe das nicht die Oh mein Gott du hast schon erschossen sagt mir die Wahrheit sag sie mir ja du bist x drücken du bist grad so fucking also ich bin nicht aufmerkt also ich bin ich bin kein Traitor warum gehst du dann auf Leute zu da kommt mir da kommt sehr bekannt sehr bekannt oh ja das ist gut der Typ oder ist es der auch oh oh fuck da drüben ist der Traitor da drüben ist der Traitor ja also das geht hier nicht so weiter das geht nicht so weiter du wirst sterben wenn du mal durch gehst weißt du das weiß ich auch oh Gott wo ist der Typ du kannst du dir ne schieße ihn nicht ab weil der der ist warum schaust du ihn dann warum schießt du ihn ab vollidiot ich schieße ihn nicht ab wer kommt bleib weg von mir bleib weg von mir bleib weg irgendwie war es klar aber irgendwie würde ich es auch nicht glauben hier warum hab ich nicht einfach abgedruckt ja ich mein sagen wir einfach mal wir hätten ein Problem weniger auf der Welt ja ich würde einfach mal sagen nächste Runde okay bis gleich okay nächste Runde und wir sind bis jetzt noch gar nichts weil so weit ich hätte gern das haben will haben will was haben wir denn er hat es nicht verdient ähm oh wir haben eine Rifle das finde ich gut was haben wir denn hier drin tu mal zielen okay also ich bin Trailer Peck und Mantix sind auch Traitors mal wieder der Typ oh ne ich würde die ich würde die Sniper behalten weil dann schon mal mit eurem Schussverlänger oh wo sind die Typen Traitor können auch Traitor töten oder ne können sie nicht wo sind die Typen eigentlich da ist noch ein Traitor darf ein doch den würde ich töten wer soll ich ihn töten was ist er denn wo ist er hin Oh man, jetzt ist er weg. Ich hab jemand mit einer Brandgranate angeschossen. Brandgranaten hat man nur als Fader oder nicht? Oder meinst du instant der? Nein, die hat man immer. Die? Äh, Peck! Äh, Peck! Ich bleib jetzt mal, ich bleib mal jetzt relativ unsusgeschiss. Töte ihn einfach. Ja, wie denn? Ja, einfach hin, ran, runter. Als ob du kein PvP könntest. Komm, zeig mal ein paar Skills. Pack sie raus. Oh shit, ich hab nicht gemerkt, dass das ich war. Warte, ich tu lieber Crowbar raus, damit es nicht mehr so aussieht, als hätt ich ne... Nein, Crowbar ist am auffälligsten, würd ich sagen. Ja, das ist wirklich am auff... Dann tu ich dir halt wieder was. Aber dann wissen die... Ciao. Ich hab eben nen Trader getötet. Auch confirmed? Ja, ich kann dir die Latsche bringen, wenn ich die Knochen finde. Ne, komm, ne. Pack ich einfach mal raus. Ja, dann töte doch diesen... Weiß, wenn du dir so sicher bist. Töte ihn, töte ihn! Okay, das war klar. Ja, ey, zwei Typen! Und wir sollten... Ja, okay, jetzt komm ich. Ja, nächste Runde. Wir müssen uns immer wieder so ab. Nächste Runde beginnt. Ja, das ist irgendwie klar. Okay, okay. Nächste Runde. Was hast denn du? Ja, es ist richtig unbequem irgendwie bei dir. Okay. Deine Halterung. Kein Wunder, dass du so einen krummen Rücken hast, ey. Ja, ist halt so. Was ist Holsterrett? Holsterrett? Dann hast du überhaupt nichts in der Hand. Ich weiß. Oh mein Gott! Oh ja! Lecker! Lecker! Schieß nicht! Vollidiot! Springen bringt hier ganz schön viel. Ja, wenn du, äh, crouchst mit... Ich bin innocent, also... Du musst dich über... Nein, du... Warum rennst du Leuten hinterher? Oh, hi, Skorpion! Au, auf mich zu schlagen! Weil sonst laut das so aus ist, ob ich... Das war aus Versehen! Das hat doch irgendjemand gecheckt. Aber... Tut mir leid, das war keine Absicht. Jetzt hat sie ein bisschen noch... Warum fressst du mich? Du, Poli! Ich bin ein PvP-Skeller. Wie kann man überhaupt rennen? Ich würde gern wegrennen. Scheiße. Kannst du... In dem Game-Mode nicht. Und ich glaub, da machen wir noch eine Runde. Und dann passt das. Und diesmal gehe ich mal auf alles. Also wenn ich Traitor bin, dann... Dann machst du Prayer vorbei. Warum gehst du schon wieder dem Typ wieder her? Ey, ich habe schon meine Taaaaaaag... Der ist hoch. Der ist hoch. Ey, Alter! Ich glaub, der... Der Spacko da hinten ist Traitor. Was bringt das den Typen? Wer... Was bringt das den? Jetzt meinst du... Was bringt das? Der wirft immer Rauchgranaten, Alter. Jetzt reicht's mir. Ich... Oh, Mann! Was ist denn jetzt? Nein, das ist... Ey, Alter! Wenn du mich anschießt, dann bist du tot. Ich hab... Ja, okay, das Ziel bringt mir hier. Wäre sehr weh. Ähm... Was haben wir eigentlich überhaupt alles? Du hast ne... Du hast ne... Du hast ne Glock. Kannst ne Glock aussuchen. Und die Glock ist nicht die Uhr, sondern ne Glock. Kann uns nicht. Ich wollte schon... Ey, Alter! Schild deine Base, du Penner! So! So! Därcia! oui!! Warte, wenn du das dann schreibst, gehören das die anderen auf! Oh! Oh! Machm ranfach so! Wo sah? Ist er jetzt schon thrunk?! Wo ist Bitte die nächste? Oh! Na, der wurde grad gekillt!!! m das ist schon mal und schauen der Traitor Säumwürste die Säume als Prozent der Säume an der Säume das Warte wenn er einmal schießt in den auf die Tötenliste der Eichszeit wird es im Ausland aber heute das ohne Berg Ok, Skyrama war's auf jeden Fall nicht, wer war's denn? Ich weiß Ok, also machen wir noch eine Runde Ok, nächste Runde Nächste Runde Alter Ja, Pech für dich Ja, jetzt musst du aber jemanden töten Ja, lass mich doch Ja, ich weiß, aber warum lasst du mich da nicht rüber? Er weiß nicht Ganz leicht, easy get wrecked, sag ich dir Crowbar nehm ich mir mal raus Was soll man denn? Das ist klar Könnt schon mal den ersten Oh fuck, oh fuck Der sieht mir sehr, sehr böse aus Der ist mir zu böse Böse Power of Doom Wer schießt da rum? Ok, ich erkenne das da Thank you Danke Ok Wo sind die Der Erste, der mir einfach Er zeige ich mir aufs Trend, also der, wo wir Nur ein bisschen Ähm Anders vorkommst Oh Gott, die Die sehen mir aus wie so Traitors Hm, wo sind die? 61 Oder, ja Ok Mit ne SG Ich hab nicht mal ne SG Schießt du? Schießt du? Bist du hier der Bellash? Nimm die Glocke, die ist hier der Bellash Die macht so drei Ähm Night Vale schreibt dir irgendwas Was? W- Hey, ich hab niemanden gekillt Wovon redet ihr? Ja, so machst du dich nur noch Ich weiß Ich weiß Aber das ist auch falsch Genau so, so wie du rumgehst, Alter Ich töte überhaupt niemanden Was soll'n das? Wer ist denn Traitor überhaupt? Warum? Warum schaue ich über Wenn dich jemand töte Dreh dich Töte den, töte ihn, töte ihn Töte ihn Ok, ich töte ihn Ja, ich bin toll Ja, das Run Traitor Warte, ich will auch noch einmal Damit die Siehste? Siehste? Ok Damit wir Los Die Aufnahmen wird eh nicht noch mehr Ja Ja Also das machen wir jetzt noch schnell Nehmen wir Ok, wir sehen uns in der nächsten Runde Weil es dauert jetzt ne Weile Tschüss Äh Ich muss dann mal Als es wird es schwer Weil ich muss dann raus Weil es beginnt Wenn ich Traitor bin Dann mach ich deine Ja nicht Ja nicht Jeder der mir auch nur Bisschen auffällt Den Zurich neck Ja schau mich an Oh ist das Okay Da ist schon den Ersten der ich töten werde Der 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 Warum kommt jetzt die Scheiß Musik Bitteschön Der Weib Du fällst mir langsam auf. Warte, wie springt man? Das machst du mit kurz Testdrücken und dann weg. Dann springst du ein bisschen höher. Warte, warte, chill dein Bass. Schrufen, das ist cool so ein Waffen zu wechseln. Oh fuck! Töte ihn! Ja, okay, aber ich glaub, damit... Schau, Pack! Ich hab doch gesagt, dass er Pack war. Ja, ist mir schon klar. Ey, calm down, dude, calm down. Okay, also ich glaub, damit beendet ich diese Aufnahme? Nein. Klappe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bestimmt. Kann ich bitte mal ein Auto machen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es das erste Video ist, das ihr von mir gesehen habt, dann könnt ihr noch ein Abo oder ein Like da lassen. Der Game Force ist in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Ciao! Euer Christian! Brust! Untertitelung des ZDF, 2020